Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, es ist wieder so weit. Der Gleichsatzkanal hat wieder Kosten nach Mühen gescheut. Wir haben hier die 28. Folge der philosophischen Trilogieabstraktionen Nominalismus-Sprachkritik zu präsentieren. Die Rufer in der Wüste geben sich die Ehre im verzweifelten Kampf gegen ein finsteres Zeitalter. Ja, wir sind bei der Nummer 149. Da heißt es, unsere Sinne sind Abstraktionsapparate. Wurde in den letzten Folgen schon angesprochen. Wenn Abstraktion das Abziehen bedeutet, beziehungsweise die Abkehr der Aufmerksamkeit vom einen zum anderen, dann bedeutet ein Weghören und ein Hinsehen eben eine Vernachlässigung des Sinnesapparates. Aber auch innerhalb der Sinne findet eine Abstraktion statt, indem einfach die Genauigkeit, mit der etwas gehört wird, zum Beispiel ein Ton, schon von einem Geräusch abstrahiert wird. Ein Ton stellt da schon eine Differenz dar. Und wenn dann zu diesem Ton dann noch eine Tonhöhe dazu kommt, also nochmal eine Differenzierung, dann wird von anderen Möglichkeiten der Aufmerksamkeit abstrahiert. Wenn es sich zum Beispiel um einen Dreiklang handelt, das ist alles schon bekannt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die schon sprichwörtliche Kälte der Abstraktion. Was ist damit gemeint? Das Blau der Abstraktionen, die Abgehobenheit in den Himmel, bloß idealer Begriffe und auch die Kälte der bloß logischen Überlegung ohne irgendeine Empathie irgendwelchen beteiligten Akteuren gegenüber. Das ist die andere Seite der Abstraktion, die gekoppelt ist mit dieser logischen Abstraktion auch die Macht, die nicht nur über die Geister herrscht, sondern auch eine Macht, die sich über die Jahrhunderte durch ein gewisses objektivistisches Denken in den herrschenden Institutionen etabliert hat. Bürokratismus ist ein anderes Stichwort, wo nach statistischen Vorgaben Vorschriften zu befolgen sind und innerhalb der Breite des Spektrums dieser Vorschriften sind dann Gebote oder Verbote zu befolgen und alles, was sich in diese Vorschriftenstruktur nicht eingliedert, wird dann als Fremdkörper betrachtet und an den Rand gedrängt, wenn es keine größeren Auswirkungen hat. Aber sowas kann auch bis zur psychischen, geistigen, materiellen Zerstörung einer Person führen, wo dann Leute einfach nur ihren Job gemacht haben und sich dafür nicht weiter verantwortlich fühlen, weil ja den Vorschriften Genüge zu leisten ist. Und diese Vorschriften wurden an anderer Stelle gemacht und da gibt es dann andere Autoritäten, die werden nicht angezweifelt. So in der Richtung läuft das ab. Es werden im Grunde genommen reine Gedanken, Konstrukte mit der Realität identifiziert, ist gerade die öffentliche Diskussion, dass Politiker in einer sogenannten Blase leben und mit den Realitäten keinen Kontakt mehr haben, mit den eigentlichen Bedürfnissen, Problemen der Bevölkerung und sich im Grunde genommen aus dieser Bevölkerung heraus abstrahiert haben und da ein abgehobenes Dasein, Politiker-Dasein führen mit eigenen Interessen, mit eigenen Zeitabläufen, eigenen Bedürfnissen, nach denen dann auch die Empfindungswelt und auch die Gedanken, die Vorstellungswelt dieser Leute entsprechend sich von der Masse der Bevölkerung dann nicht mehr vergleichbar ist, besonders wenn diese Leute dann über Jahrzehnte hin gewählt werden. Ich komme zum nächsten Punkt. Die ungezügelten Machtgelüste, die mit dem Schicksal von Millionen spielen, als wären es tote Zahlenreihen und nicht Wesen aus Fleisch und Blut. Das wäre jetzt eine Fortführung der Nummer 150. Ich mache mir das jetzt etwas bequemer. Unter Umständen leidet der Ton drunter. Dann muss ich postproduktiv Erscheinung treten. Aber das ist mir jetzt egal. Also diese Machtgelüste, die jetzt im Gegensatz zu einer rationalen oder einer vernünftigen Betrachtung des Weltgeschehens etwas darstellen, das eigentlich nicht sein soll, aber eben auch zustande kommt, weil bestimmte Leute, auch Diktatoren, ihr Wahlvolk finden und so eine Welt der sogenannten Realität stattfindet, die mit dem, was jetzt da mehr oder weniger theoretisch in irgendwelchen intellektuellen Zirkeln besprochen wird oder von irgendwelchen Altweisen da als vernünftiger Standard etabliert wurde, Diese, wie soll ich sagen, diese Macht, die ganz konkret sich darstellt, ohne eine Verdoppelung in hinsichtlich irgendwelcher Reflexionen, also Überlegungen oder Vorstellungen, Differenzierungen zu dem ganzen Geschehen. Das ist ganz eindeutig auf einen Mittelpunkt, auf eine Zentrale ausgerichtet, von der aus dann sich der Machtapparat zusammensetzt. Und die Frage ist immer, inwieweit eben solche Machtinteressen, jetzt mal etwas nüchterner beschrieben, machtgelüstet, das hört sich immer etwas ein wenig diabolisch an, aber im Grunde genommen muss jede Art von, im wahrsten Sinne des Wortes Aktivität, im Sinne von Machen, auch als Macht bezeichnet werden. Und diese Macht beginnt grundsätzlich bei der Begriffsbildung. Und da scheiden sich dann die Geister, ob zu dieser Begriffsbildung, ob die rein willkürlich ist oder eben auch gerechtfertigt und begründet ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die rein willkürlich ist, dann kommt es zu Machtsprüchen, die man nur glauben muss, die dann auch mehrheitsfähig ist, weil es nicht darum geht, irgendwas zu verstehen. Da ist keine Leistung von irgendeinem Wähler verlangt. Und an diesem Punkt scheiden sich dann die Geister, inwieweit die Abgehobenheit des politischen Systems, die Institutionalisierung irgendwelcher Bedürfnisse in Form von, da zählen die Banken genauso dazu, als Bedürfnis, Geschäfte und Eigentum zu regeln beziehungsweise zu verwalten, wie auch die Gerichte, um eben Interessenkonflikte zu schlichten. Der Punkt ist immer nur der, ob diese Institutionen gerechtfertigt sind beziehungsweise wie sie gerechtfertigt sind und ob diese Legitimation auch einer Überprüfung, einer dezidierten Überprüfung standhält. Das ist die Frage. Und solche Überprüfungen, die finden nicht statt. Da sind seit Jahrzehnten, seit der Abdankung der Monarchien in diesen Demokratien, bestimmte Parteien am Werk in regelmäßiger Reihenfolge und Wiederkehr. Die Partei des individuellen Eigentums, sag ich mal, und dann die Partei des eher kollektiven, Eigentums beziehungsweise der Verantwortung, die Verantwortung für die Masse der Menschen, also für das Volk im Sinne von Mehrheit der Bevölkerung und dann auf der anderen Seite die Bestrebungen für spezielle einzelne Individualitäten, auch Machtansammlungen, die sich auf einzelne Personen konzentriert sind, ob das jetzt irgendwelche Machtpositionen in Unternehmen sind oder durch über Jahrzehnte, oft Jahrhunderte, vererbtes Eigentum entstehen und diese herrschenden Machtverhältnisse, die verlangen meines, für meinen Begriff nach, nach einer erneuten grundsätzlichen Überprüfung der Fundamente der sogenannten Ideale, der Aufklärung, der Legitimation der sogenannten Menschenrechte und dann auch der Realisierung derselben und nicht nur auf nationaler, sondern internationaler Ebene. Das sind alles Machtfragen, das sind letztlich Abstraktionsfragen, weil sich Macht hauptsächlich aus Allgemeinheit ergibt. Ob das jetzt in logischer Hinsicht ist, dass dann die Allgemeinheit als Objektivität über alles andere gilt und alles andere dem zu folgen hat oder ob es sich um politische Macht handelt, indem einfach Mehrheiten die Machtverhältnisse bestimmen. Und die Frage ist immer, wie diese Verallgemeinerungsstufen, dieser Schritt vom Abgeordneten, der jetzt sich von einem von mir aus vom Kreistag dann in den Landtag wählen lässt und dann in den Bundestag. Das sind alles unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse. Mit dem Kreistag sind noch die wenigsten Stimmen erforderlich, zum Landtag sind schon mehr Stimmen erforderlich und für den Bundestag dann noch mehr Stimmen. Das sind alles, im Grunde genommen kann man das als Abstraktionsebenen verstehen. Die jetzt durch den Wahlvorgang scheinbar legitimierte Macht ist aber zuerst einmal nur eine rein formale, denn die Frage ist ja, inwiefern überhaupt so ein Abgeordneter dann die Interessen derjenigen vertreten kann und vertritt, die ihn gewählt haben. Das ist in den wenigsten Fällen ganz klar zu beantworten. In den meisten Fällen ist es eher so, dass so eine Stimmung dann entsteht oder man so ein Gefühl hat, dass so Tendenzen dann mehr nach rechts oder links sich bewegen und jetzt im Fall jetzt AfD oder überhaupt sogar europaweit, möglicherweise sogar weltweit, kann dann von Tendenzen nach rechts oder zu Autokratie, das heißt zu weniger Demokratie und auch zu weniger Reflexion und Differenzierung in Fragestellung irgendwelcher Machtzusammensetzungen, wobei es jetzt nicht gesagt sein soll, dass jetzt die demokratisch gesinnten Teile der Bevölkerung besonders reflektiert werden. Aber rein im Vergleich eben zu diesen diktatorischen oder autokratischen Tendenzen muss das als Fortschritt betrachtet werden. Aber an sich betrachtet kann ich mit dem, was diese Demokraten da alles von sich geben, mich genauso wenig einverstanden erklären, weil hier nur alteingesessene Machtkonstellationen sich weiter tradieren, ohne entsprechende Reflexion. Und da gibt es gar keinen Unterschied zu jetzt, wenn man meinen wollte, dass jetzt gerade in Deutschland die Grünen seit nunmehr über 40 Jahren da eine Veränderung gebracht hätten, dann muss man nur Joschka Fischer zuhören, um zu begreifen, dass das nicht der Fall ist, dass die Grünen nur eine Freistelle im alten System besetzen, aber sich in keinster Weise von allen anderen Parteien unterscheiden in ihrem Machtgebaren oder in ihrer Art und Weise, um die Stimmen des Wahlvolks zu buhlen. Es sind vielleicht weniger Krawattenträger darunter, aber das allein macht noch keine bessere oder andere Politik. Davon abgesehen, würde ich jetzt gern zum nächsten Punkt übergehen. Hier sind wir immer noch in dieser Kälte der Statistik der toten Zahlenreihen und ein Paradebeispiel für diese Art von Mechanismus ist der Vernichtungsablauf in den Konzentrationslagern. Es wurde wie in einer, wie am Fließband, wie in einer gut funktionierenden Fabrik, wurde da aus menschlichen Wesen Lampenschirme und Seifen produziert. Ohne irgendeine Reflexion über die ethischen Momente an der ganzen Geschichte da. Da konnte ganz locker weg, davon weg abstrahiert werden, in dem man einfach irgendeine Propaganda in Bezug auf Vorurteile, auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, dieses Beispiel ist maßgebend für zig folgende Generationen. Es kann gar nicht die Umsetzung dessen, was daraus zu lernen ist, die ist ja seit dem Kriegsende des sogenannten Zweiten Weltkrieges 1945, so gut wie gar nicht geschehen. Und das war auch zum Großteil der Grund dafür für die Studentenrevolte in den 1960er, 70er Jahren, weil es einfach zu krass war, wie über diesen Wahnsinn der NS-Zeit da hinweggegangen wurde. Und es ist auch heute noch so, dass die Fabrikmentalität und die Arbeitsplatzmentalität immer noch sehr viel Geschehen in diesem Land bestimmt. Und das ist dieselbe Mentalität, die auch Auschwitz zustande gebracht hat oder überhaupt Hitler zustande gebracht hat. Dieser unreflektierte Materialismus, wo jemand aus dem Recht, sich sein eigenes Leben zu sichern, glaubt, ohne irgendeine Reflexion einem Führer nachlaufen zu dürfen oder zu können und sich einer Autorität zu fügen, ohne dieses Geschehen zu reflektieren. Und davon gibt es heute auch noch genug und nöcher. Dieser Faschismus ist heute noch mit wenigen Ausnahmen, es ist strukturell verankert in den ganzen Institutionen. Es muss heute nur der richtige Typ mit dem richtigen Charisma kommen und schon ist wieder Tür und Tor für alle möglichen Gräuel geöffnet. Es reicht schon, was heutzutage alles als Normalität hingenommen wird, ist schon Grund genug, um aus diesem Desinteresse und aus dieser Ignoranz wieder so eine Führerfigur entstehen zu lassen, die dann mit den irrsinnigsten Forderungen und dann auch dieselben realisiert, ohne dass da irgendein merkbarer Widerstand sich dem entgegenstellt. So, jetzt habe ich heute mein ganzes Pulver verschossen, was so Tagespolitik und überhaupt mal den Bezug herzustellen zu der Abstraktion, zu der alltäglichen Abstraktion, mit der Leute jeden Tag alles Mögliche von allem Möglichen abstrahieren, das heißt alles Mögliche ignorieren und sich nur auf ihr Klein-Klein konzentrieren und ihr eigentliches Menschsein für einen Judaslohn verkaufen. Und so entstehen finstere Zeitalter, so entstehen Millionen von Menschen, die sich mit irgendeinem Dreck sich unterhalten lassen und sich da noch amüsieren, weil ihnen das entsprechende Niveau, die entsprechende Bildung fehlt. Es sind Millionen, Millionen, die zur Zeitbombe werden, aus denen dann wieder das Material entsteht, mit dem ein irgendein Diktator die Herrschaft an sich reißt. Tja, dieses Mal eine andere Art von Besprechung. Werden wir das nächste Mal nochmal bei der Tötungshemmung dieser Art von Abstraktion weitermachen. Peace, Friede sei mit euch, Out. ��isol! Musik Musik Bis zum nächsten Mal.